so das hortenmitglied da wird gerade vom barrack ziemlich blockiert und kommt nicht gegen barrack an. weil barrack einfach mit seiner aufgepimpten rüstungen hoffen einstecken kann. so, wir haben den azurit das heißt wir buffen hier so baffen buffs mir selber habe ich eigentlich keinen gegeben, gell? nope. ich könnte aber einen feuerball mal werfen das wäre eigentlich die perfekte ironie für die jahre von graven ash gespräch beenden so führer feuer du totboxen du schwerer angriff ich feuerball okay box den da tot barrack das da ich schau mal gut ich heil gleich mal töte den schatten so, der bluthund da könnte ein problem sein da könnte ein problem sein deswegen werde ich ihn schockfrosten oder auch nicht so, barrack sieht naja aus gut die meiste haben wir jetzt schon mal weggekriegt die guter ist auch fast tot mhm komm, machen wir nochmal einen feuerball auf die hat die eigentlich feuerresistenz nein feuerresistenz seh ich jetzt auch keine so hohe bei ihr gegen hieb und gegen schmetterschaden ist gering dafür hat sie, wenn ich richtig gesehen habe, sogar ziemlich hohen stichschaden deswegen ist barrack auch gerade nicht so effektiv und wir anderen auch nicht okay barrack kriegt seine andere waffe wieder die beherzte ja reputation, das hatten wir ja ich würde sagen, wir klettern gleich auf den hübschen hügel hoch so, du machst jetzt stich und hieb damit machst du glaube ich nur stich, ja sie macht auch stich und hieb sie macht damit nur stich damit macht es immer auch nur stich und ich mache auch nur stich, das ist halt das blöde gewesen du machst hieb und dann gibt es noch wucht, wenn ich richtig gesehen habe, genau schmetter gibt es da unten sehe ich ja glaube ich sogar alle rüstungstypen schmetterschaden stich nein, ich sehe nur schmetter und stich, weil ich keine hiebschutz habe ja für einen händler was zu verkaufen und da habe ich eigentlich auch noch nie geachtet dass es gelb gelb gibt aus leichen muss ich ja nicht zugeben hier steht es nämlich eiserner wurfsperr und eine verborgen ein verbogener borse durch und ein heiltrang hier haben wir eiferer ein durchnommens eiferer ein eisenstab für ein speer das sind zwei neue gegenstände ja nö ich hätte gedacht, das fällt jetzt hier unter turm die eisenstange ne ist nur schrott sonst ist nichts hier oben aber ich raste mal hier auch wenn dadurch mein boni jetzt weg ist das einzig wirklich gute war das plus eins rüstung meine rüstung ist nämlich jetzt nur noch auf sieben ich könnte da rüber oder ich könnte hier runter klettern jede illusion habe ich bereits kann ich also nachher verkaufen klettern wir mal hier runter orientierte rüstung tagebucheintag eines weisen meine reise zum zum des morgengraubens in holfelsen setzt sich fort leider führt ihr auf meiner karte eingezeichnet wurde geradewegs durch ein tiermenschenlager gewiss gibt es einen weg das lager zu umgehen die tiermenschen sind das letzte hindernis zwischen mir und dem turm und ich darf mich durch nichts von meinem ziel abbringen lassen sorry ja hier ist Wasser hier gehen wir nirgends hin zugängliche wasserfälle wie diese sind eine seltenheit im steilen Meer und eine wertvolle ressource das wasser in das das wasser das in den tiefen der erde verschwindet bildet einen der großen unterirdischen ströme welche die verstreute bevölkerung in der gegend am leben halten und wenn man genau hinguckt sieht man sogar einen regenbogen hier drin ah ich mag solche details und ähm da liegt einer drin der rumblitzt klingt ich komme nur leider nicht an ihn ran ich kann aber den felsen weg machen fels bewegen eisenstab fels bewegen bringt athletik dadurch kann er komme ich jetzt wahrscheinlich an den tiermenschen ran ha wie genial stoff am schienen sorry kann ja das wasser hier ist immer noch nutzbar auch wenn es jetzt abfließt ein großteil davon kann aber wir haben es wenigstens geschafft an den tiermenschen ranzukommen so wow eine falle ich hätte jetzt aber wirklich gerne langsam mal das level ab für lyra oh eine kohle zeichnung für ein segel auf dem permanent befindet sich eine unvollständige kohle holzkohle zeichnung einer runde deren form aber nicht vollständig zu erkennen ist die gekrümmten linien sind ungewöhnlich und denen keinen bekannten segel bevor du den sinn und zweck der runde heraus sehen kannst musst du ihre form vollständig ermitteln ja und es stand gerade dass das für einen der beiden türme ist dieses bauwerk wurde von den erdbeben zerschörenden später von plünderern ausgeräumt mhm ja und hier geht es nicht weiter so den kristall nehmen wir auch mal mit dann können wir hier rausklettern wieder ja eigentlich sollte ich mich hier ja um tiermenschen kümmern aber das weistige was ich bis jetzt gefunden habe sind chor mensch chor abschaum so wie diese horden mitglieder hier also es ist wieder so eine kleine gruppe na das ging wohl daneben feuerball feuerfall Gleich mal Heilung über Zeit auf sie sprechen Hey Lyra hat endlich mal eine 13 erreicht? Verängstigt Wir machen es gerade falsch Ihr beide müsstet den Grundkantor angreifen weil der hat keine Stichresistenz Lyra Level Up Mal wieder auf Stärke um Angriffs- und Fähigkeiten zu verbessern Und dann Schallerrote Rache Spanferkel Blutrausch Rausch der Wüter Ne Spanferkel klingt gut Gut Das war wieder ein Blutkantorstab So nehmen wir uns noch einen Edelstein Gebäude dieser Art waren 1.000er Zoos großen Städten zu finden Die Bauten Oh hi Tiermann Die Bauten die nicht von der Erde verschluckt wurden sind verlassen und nun Teil von Geisterstädten die auf schreckliche Weise an die glorreiche Vergangenheit erinnern Ja klettern wir erstmal kurz da hoch Ja Tatsache hier ist eine Tiermenschen-Siedlung So ich würde aber sagen bevor wir diese betreten ist es Zeit für einen Cut Also speichere ich das Spiel mal LP 27 wäre das LP 0 27 Und dann mache ich einen kurzen Cut Bis gleich